Hat's vielleicht schon jemand geholt? Nee, da hat keiner ausreichend einen Schlüssel für den Kira. Äh? Das kann doch nicht wahr sein! Ich kann ab! Ich sitze 20 Minuten mit diesem Mann im Auto und wir hatten schon zwei Unfälle. Wie kann man denn... Warum fährt man denn so? 20 Minuten, zwei Unfälle, ich wiederhole zwei... Jetzt die Mutter, hau mir ganz ab! Jetzt entschuldigen Sie? Ja? Wot denn? Es tut mir leid! Ja, ich hab gestern auch gedacht, ich hab noch keinen einzigen Unfall mit dem Karten gehabt, jetzt ist's soweit! Ja, 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 jetzt hast du schon zwei!